erst ja ich hab jetzt das aus der allerdings die mir gezeigt dass habe ich jetzt alles rausgenommen hat sich als Inventar weiß was ich meine nichts ach komm sagt sie mit einem später sowieso wurde das nicht am Anfang aufgebaut wird was der Geheimdienst genau wichtige Rohstoffe die zum Beispiel Diamanten genau das nicht ausreden und ein Krieg war die Lütze zum Terraforming kommt in die Luft jetzt das ist er für die Luft fliegt wo es sich in die Luft gegangen er in der Höhle oder hier oben der Händler da oben brauchen wir noch gar keine Erfahrung ich weiß aber ein bisschen Erde kann nicht schaden da wir kommen und ich habe mir auch habt ihr habt ihr die Betten mit dem Sohn was neben der Ecke mitgenommen okay es liegt nie auf dem Boden das ist ein Schaf er ist ja es ist ein Schaf 0 bei mir läuft es ganz normal wir sind Boden geblitzt h so Geisterzug gehört er ist Naja das heißt unter uns ist eine Höhle auch guck mal da oben auf dem Berg wie werden beobachtet ohne den könnte ich jetzt zum Terror die Gerichtsvollzieher auch ich bin mit dem Essen jetzt wo soll denn jetzt was ich mache ich das Risiko gehe ich ein ich wollte ihn jetzt benutzen blöd ich bin das ist so dann losgehen aus perfekt habt ihr noch Kohle Tobi du wirst gejagt und mehrere Skeletten ne wir haben keine Kohle mehr nimm Holz dafür habt ihr Eisen ja Eisen aber nur in Rohform also nicht die Barren und so ist es auch nicht auf das Spiel bekommt glaube ich ja ich weiß was ich komme ich in die Küche bekommen wir schon ist ein ein einleitend die da sind die auch er vorliegt ja der falsche Block wenn er jetzt ja Entschuldigung holz so schweiß nennen aber es gibt doch genug wir haben getan in meinem Sinne so weit geht wo zuerst mit euch denn das ist ein Tobi er nicht braucht ihr nicht ja ja ich brauche jetzt mal eine Formel kann man auf eine rechte Menschen machen das ist warte Dein Ernst? Guck nach. Ich glaube, wir haben mir Rezeptmodus an. Redstone. Guck mal, ob du auch wirklich Rezept an hast und nicht chic Modus und passt gleich die Minute. Redstone Engine. Haben wir halt eine Glas. Wo kann man Sailor? Bei Optionen. Herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Take it, Light. Ich brauch zwei Gold. Ich hab vier Gold. So, ähm... Hey, Michi, gib mir immer die Betten wieder, bitte. Warte, du werfst eine Kiste. Zu spät. Was ist das hier? Was? Das hier. Das hier, Sommel. Muss aufladen, hat er siebte, 17 MJ. Da kann man dann Holzlein packen, also Rubberwood, also von den großen Bäumen. Dann kommt das Siki Reson raus. Okay. Also so ganz ehrlich, ich mag dich. Ich mag euch. Ich mag euch alle. Oh Gott, oh Gott. Aber ich mein, Tobi, du bist mir gerade mit dem Zeug hier. Irmels sympathisch geworden. Weil er alles kennt. Ja. Die Karte kommt, wo es beim Let's Play zurückliegen. Und er macht das von dir. Das komische normale Rubber wird also das, ähm... Alles in der Ruhe. Na, ansatzruhe. Ich glaube, ich... Ja. Habt ihr noch Marmor? Das habe ich, glaube ich, schon umgewandelt. Ich habe... Ich habe noch... Ich habe noch 64 und 45 Rubberwood. Hab noch einfach gefunden. Ich habe es trotzdem indiziert, weil ich nicht brauche. Ich habe Marmor soll schon mal weiterbauen. Hier, denkens. Boden. Ja, kannst du machen was Jahre, bis das hier fertig ist, wenn wir haben. 750, uh. Verarschen, oder? Ja. Wer macht noch eben mit Steam Engine? Hä? Eine was? Was? Eine Verbrennung, bitte. Eine Verbrennung. Ja, mache ich. Hast du Kupfer? Wo finde ich das? Warum finde ich das nicht wahr? Ja, mach selber. Das ist kompliziert. Mach selber. Das ist kompliziert. Ja, mach selber. Ja, mach selber. Pasche voll mit Kupfer. Ah, da. Hey, Tobi, wann lächst du den ersten Part hoch? Morgen. Wenn ich... Morgen, übermorgen, hör. Na, guck mal. Wenn ich fertig mit dem Rennen anbinden. Ich habe eine Frage. Ah, okay. Ah, okay. Nein, wieso muss das Haus rechtwäckig sein? Äh, muss nicht. Du kannst auch Ecken mit reinbauen. Weil ich mag so heuer nicht die so richtig so wie den Kasten aussehen. Aber lass mal hier an den Ecken. Hier an den Vorder-Ecken. Ja. So ein bisschen dreieckige Form hinkriegen. Weißt du, so ein bisschen eckig. Also, ja, nicht so eckig. Aber du kriegst das schon hin. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Habt ihr noch Marmor oder muss ich? Ja. Wer hier kann sie von den Ecken wegnehmen. Okay. Michi, wo sind die Betten? Ach so, ich hab ja alle. Ich bin so aus einer. Hab dich lieb. No, homo. Hm. 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 Ich glaub dir jetzt jeder, wieso ist mein Ton so leise. Wie so ist mein Hoden so groß? Ohhhh. Ich meine Playlist durchgelaufen. Hm. Ist das so okay, Dennis? Oder ist es immer noch zu eckig? Naja, ich hätte das gerne, warte mal, ich mach dir das mal mit Erde in Kleinformat. Zeig dir mal, wie ich das eigentlich gerne haben wollte. Okay. Das ist dann ungefähr... Ja, keine Ahnung, so und dann mal hier so eine Ecke rein, so ich mich hier... Und dann wieder so... Nein, so nicht. Äh... Dann wieder so eine Ecke rein, geh mal weg damit. Danke. Und dann wieder so... Das Haus soll für dich aussehen wie ein Hakenkreuz. Nein! Das ist dann wieder so... Und dann zu. Wie habt ihr alle schon Eisenschuhe in der Eisenrüstung? Ähm... Das können wir später auch noch mit reinbauen, unterm Berg. Das geht ja schnell hier echt. Was machst du mit dem Dings da? Ah, geht doch. Tobi? Äh, was? Mit dem, wo du gerade draufstehst. Äh, damit mach ich Rubber. Achso. Macht mir mal jemand, äh, zwei, sechs Zäune. Braucht fahren bis, genau, was geht. Ich hab sogar zwei, sechs Zäune. Ich hab genau zwei, sechs Zäune. Und zwei oder drei Tore. Achso, ich muss hier noch den Rand fertig kriegen. Ja, gut, machst du schon. So. Ja. Hier hin ungefähr. Was wollte ich jetzt, ähm... Haben wir Flint? Nee. Glaub nicht. Können wir gleich besorgen. Euro finden wir schon. Hier, 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 hier. Hier. Danke. Ich suche mal ein bisschen nach Marmor. Ja, warte mal. Wir brauchen Dingens, ne Farm für, ähm, Ewischon. Flint. Nein. Tobi? Hä? Weißt du noch, wie es denn nach Hause geht? Also zum alten Ding? Komm mit. Okay. Kann ich dir auch zeigen. Ops. Können wir irgendwo noch ein... Ein heißen Barren? Hier. Hier. Die Richtung. Okay. Äh, darf schon mal die Räume machen? Wir sind genau durch die Schlacke laufen. Super. Man, ich muss schon mal die Räume, ja. Es sollte wir den Boden hier um... Mal, lass mal den Boden übergangsweise aus Holz machen. Okay. Dann können wir schnell... Ja, erst mal auf die Gieß. Ja, erst mal auf die Gieß. Ja, erst mal auf die Gieß. Ja, eben. Brauchst noch Erde? Warte. Äh, ein bisschen habe ich noch, also. Ach, hier. Hier ist es. Ich weiß nicht, ob das reicht, also es müsste eigentlich reichen. Okay. Jetzt erst recht. So, gleich da. Es wird dunkel. Michi, beeil dich. Ja, okay. Toll, Wasserfall. Mach ich wenigstens so Waypoint jetzt hier so. Bam. Ich komm erst wieder weg nicht flinter. Hätt ihr wenigstens Wett mitnehmen können. Herr Bart, ich komm zurück. Ich mach die Wende mal aus Korbel, ja. Okay. So. So. Die Wende zum Berg drauf, ja noch nicht wirklich, mal wieder da später noch reingraben. Naja, können wir ja trotzdem mal machen. Ja. Waypoint on. Oh, wow, hier. Ich komm. Gut. Äh, 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 Dennis? Ja. Hast du gerade Zeit? Ja. Kannst du mir mal drei Leitern machen? Oh nein, nicht wieder abschmieren, bitte. Gut, äh, wie geht das? Ne, warte, sechs Leitern. Äh, mit Sticks. Also, hauste Sticks? Ne, mach ich schnell welche. Mehr genug Kreuz. Mit Sticks und dann wie ein Haar halt. Gut, bin da. Also, sechs Sticks, nicht drei. Ja. Ja. Ah, willst du mich verarschen? Alter. Bist du bescheuert? Was denn? Da hat der gemacht, hat der Creeper zu dir gemacht. Da hast du deinen hässlichen Flint. Ja, hinter dir liegt ein Flint. Ja. Ja, ich hab bei Flint. Hä? Hat dein Creeper da hingeloggt. Ja, Mann! Ich hab den da nicht hingeloggt. Klar! Was tut, wenn er stirbt, dass du dann die Diamanten aufheben kannst. Ja, genau. Hey, komm, wir haben sechs Sticky Risen. Super. Kann sie noch zwei haben. Nein, aber das brauchen wir später, Ormas. So. Wollen wir nicht schlafen gehen, oder? Ja, ich baue gerade das Schlafzimmer. Nein, das tun wir jetzt nicht. Äh, wo bist du? Äh. Danke. Was mach ich jetzt? Sechs hätten aber gereicht. Ja, aber... Ich wusste nicht, dass da drei Stück bei rauskommen. Jetzt hast du ein paar mehr erstmal. Hat einer Eisen? Ja. Wurde zwei Stück oder so? Ne, drei. Ja, komm her. Nein. Egal, gib mir einfach. Ja, hier komm her. Ach, nee. Danke. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, hier wohne ich auch geschmiert. So. Was mach ich jetzt? Hm. Eben haben wir so viel erzählt und jetzt sind wir auf einmal so ruhig. Ja, weil ich mich gerade am konzentrieren bin. Ich auch. Ja. Ey, Pulverleiser. Yay. Ich mach das mal anders. So. Ja. Ach, jetzt schon wird mal A. Wer ist jetzt abgeschissen? Weiß nicht. Irgendein Problem war da gerade. Dennis. Ja, Dennis ist weg. Ha, 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 ha. Außensweise ist eben nicht mal ich hier. Schnauze voll von uns. Ja, der geht jetzt. Ey, mir fällt gerade auch, wir haben zwei Dennis anwesend. Genau wie bei Pete Smith. Wow. Nicht so viele Let's Player Namen sagen. Nicht gut fürs Geschäft. Äh, äh. Er geht pissen. Super. Dafür geht er auf. Ja, frage ich mich auch gerade. Wollte ich jetzt machen. Pfuh. So. Was mach ich jetzt? Ach, hier haben wir ja noch mehr von dem Zeug. Nein, tu das nicht da rein. Warum nicht? Weil wir das verdoppeln können gleich. Oh. Okay. So. Was mach ich jetzt? Keine Ahnung. Willst du mir helfen? Ja. Bei. Gut. Äh, bring mal Erde mit. Ein bisschen. Hab ich nicht. Warte. Warte. Genau. Warte. Warte. Und dann kommst du hier hinten hin, wo ich bin. Ja. Das Dunkle ist jetzt einfach mal egal. Wir halten uns ja sowieso auf dem Wasser. Wasser. Okay. Warum eins noch? Wir bauen uns jetzt zehn Block lange, äh, ähm, so, aber nicht direkt nebeneinander, sondern mit einem Block Abstand. Warte kurz. Ja. Warte mal. So. Und dazwischen ist immer ein Wasserblock Platz. Hä? Zehn Block lang. Was war los? Also so zehn Block lang. Was? Not glass? Zehn. Okay. Hallo? Ja, warte ich. Was war los? Was war los.